Hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich weiß, ich war jetzt schon längere Zeit inaktiv und ich habe auch kein Weihnachtsvideo und auch kein Neujahrsvideo oder sonst irgendwas gemacht, aber man hört es vielleicht und sieht es vielleicht. Ich bin leider wirklich sehr, sehr, sehr krank. Mich hat es wirklich knapp, ich sage mal einen Tag oder so nach Weihnachten richtig erwischt. Ich liege flach seit zwei Wochen, ich habe wahrscheinlich Lungenentzündungen und ja, das ganze Programm halt. Ich wünsche euch auf jeden Fall trotzdem im Nachhinein schöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und ihr werdet dann in demnächst eh bald wieder neue Videos von mir sehen. Ich wollte euch nur ein kurzes Informationsvideo geben, was hier los ist und warum auch kein Stream und nichts kommt momentan. Also dann, macht es gut und auf ein gutes Jahr 2020. Tschüss.